Hallo, mein Kind. Vor drei Jahren hat er bald auf die Beine gestellt. Bei einer dummen Weise war ich gefährlich. Ich wollte meinen Kindern gehen. Zum guten Glück bin ich gegangen. Es geht alles voneinander. Ich geht alles voneinander. Ich persönlich habe niemand. Ich habe Angst. Ich habe niemand. Das Tifuswässer geht alles voneinander. Das ist ja richtig gefährlich. Vor zwei Jahren habe ich gesehen, dass hier eine Ecke etwas überrastet. Schon dann habe ich das vermutet. Das hat mich so früh gelassen. Das ist nicht passiert. Das ist ja alles schräg gebaut wie ein Amor. Wir sehen es. Schaut mal in den schräg gebaut. Das ist eine moderne Zücke. Das kann ich so nicht studieren. Das hat sich in einer vier-reckigen Klotz hergestellt. Das hat niemand Probleme gehabt. Nein! Wir mussten da etwas. Ich warte darauf, bis dort die Rotspanne anfangen. Aber bis sie voneinander geht. Oder? Und dann müssen sie sofort sein. Wir hätten ja nicht lange Zeit gehabt. Die Bütze hat man gejagt. Todes Tag und Nacht. Die Dürfen ist zu Kass. Ja klar, dass es abhinein geht. Ja klar, dass es abhinein geht. Ja klar, dass es abhinein geht. Aber der muss pressieren. Und dann frage ich mich, dass das Stück abhinein geht. Ja, das ist ja nicht. Ich bin so ein Blitzcharf. Guck. Wie sieht das aus.